Ich rede heute mit Daniel darüber, inwieweit ein Mindestlohn sinnvoll ist. Ich hatte ihn ja zuletzt schon mal zu einer Debatte darüber, welchen Einfluss der Staat auf die Wirtschaft haben sollte. In diesem Sinne, hallo Daniel. Ja, hallo Konstantin. Findest du einen Mindestlohn sinnvoll? Und wenn ja, wie hoch sollte er sein? Und wenn nein, warum nicht? Ja, das ist natürlich wieder kompliziert. Und zwar sehe ich eben das Problem darin, das war aber schon eine Frage nicht, einen Mindestlohn kann ich nur mir selber setzen. Also ich bin bereit, zu einem gewissen Preis meine Zeit herzugeben. Und ich sehe nicht, dass es sinnvoll ist, dass eben ein Dritter dazwischen geht und sagt, das ist zu wenig, du darfst dafür nicht arbeiten gehen oder ähnliche von vornherein Einschränkungen gibt. Wenn die Leute quasi oder Arbeitnehmer das so vereinbaren, dass sie für Preis X arbeiten wollen pro Stunde, dann sollten die das dürfen. Das ist eigentlich meine Hauptposition. Und ich kann gleich noch ein bisschen was anderes dazu sagen, aber erstmal nur, um deine Frage zu beantworten. Das wäre der Hauptpunkt. Warum sollte ein Dritter einen freien Vertrag unterbinden? Also du bist dagegen, dass der Staat zentral einen Mindestlohn vorgibt? Genau, weil es unterm Strich ein Arbeitsverbot ist für einen Preis, den ich freiwillig akzeptieren würde. Und es fraglich ist, ob ich zu einem anderen Preis eine Arbeit finde. Oder vielleicht genau diese Arbeit, um das ein bisschen einzuschränken. Dieses Freiheitsargument, das finde ich nicht sonderlich sinnvoll, da ein Staat ja immer eine gewisse Lohnpolitik macht und immer Einfluss auf die Lohnentwicklung nimmt. Und bei dem Mindestlohn sagt der Staat nur, unterhalb dieser Grenze darf Arbeit nicht vergütet werden. Wir setzen eine Untergrenze, um noch effektiver Lohnpolitik machen zu können. Das heißt, es ist ein Instrument, um für eine gewisse Lohnhierarchie zu sorgen und die Lohnpolitik noch effektiver beeinflussen zu können. Also in diesem Sinne finde ich nur, dass der Staat sich durch Mindestlohn zusätzliche Souveränität holt, auf seine Wirtschaft Einfluss nehmen zu können. Und deswegen finde ich das auch gut. Ja, in der Folge wäre es ja so, wenn jemand eben im Aushandeln seines Tarifs, seines Lohnes, dann eine Arbeit nicht aufnehmen kann, weil es eben nicht dem Mindestlohn entspricht, dann wird er ja darauf zurückfallen, eben Sozialleistungen zu bekommen. Also sprich, ich habe seine Situation an der Stelle nicht verbessert, sondern verschlechtert. Er hätte, sage ich mal, wenn wir jetzt einen Mindestlohn haben, ich weiß nicht, 12,80 oder 12,50 und jemand ist bereit, für 11 Euro irgendwo zu arbeiten und kommt dann darüber netto mehr Geld, als er eben über die Sozialsysteme bekommen würde, dann verschlechtere ich seine Situation. Das würde ich anders sehen. Naja, das würde ich anders sehen. Wenn diese Arbeit notwendig ist, dann wird das Unternehmen diesen Arbeiter auch weiterhin einsetzen. Es mag einige Bereiche geben, einige wenige Bereiche, wo es tatsächlich zu zusätzlichen Automatisierungen kommen kann, wo tatsächlich einzelne Arbeitsplätze verschwinden, dadurch, dass du Mindestlohn hast. Das ist ein Effekt, wo du tatsächlich leicht die Arbeitslosigkeit erhöhen könntest. Auf der anderen Seite gibst du den Menschen, dadurch, dass du viele niedrige Löhne erhöhst, ja auch erstmal mehr Kaufkraft, was wieder die Wirtschaft ankurbelt, was für mehr Nachfrage sorgt, was die Arbeitslosigkeit reduziert. Du hast diese zwei Effekte. Welcher von beiden Effekten höher ist, das kann man letztlich nur empirisch beantworten. Das ist nichts, was man jetzt theoretisch ausdiskutieren kann. Aber das sind diese zwei Effekte. Einerseits mehr Nachfrage durch die höheren Löhne, andererseits tatsächlich gewisse Automatisierungen, die es geben mag. Aber das ist ja ein marginales Phänomen. Ich meine, das führt ja dann auch in einer Handlungskette weiter. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass die Arbeitslosigkeit sich deutlich erhöht, zumindest so, wie wir den Mindestlohn gestalten. Er ist ja auf einem sehr niedrigen Level. Das gestehe ich auf jeden Fall ein. Und da sehe ich auch die jetzt in Richtung Arbeitslosigkeit gegebenen Effekte auch nicht. Aber natürlich ist letztlich der Mindestlohn auch wieder ein Treiber gerade hin zu Automatisierungen, da ja die Kosten steigen, da man ja sich gerne der Kosten entsprechend entzieht. Und am Ende ist es ja immer irgendwo ein gewisses Wettrennen, um möglichst kosteneffizient und günstig zu produzieren. Und da sehe ich eben den Mindestlohn nicht als hilfreiches Instrument mit drin. Wie gesagt, für mich ist das Hauptproblem, dass ich Leuten verbiete, zu einem Preis zu arbeiten, den sie selber akzeptieren würden. Und sozusagen, es gibt ja ständig diesen natürlichen Mindestlohn, wenn wir jetzt einfach definieren, es gibt eben einfach Vollzeit, diese 37 Stunden, die wir arbeiten in der Woche. Und wenn wir diese Stunden durch die Nettovergütung über die Transfersysteme dann teilen, dann haben wir ja auch einen Stundenlohn oder einen. Denn, das hat es ja in einer anderen Debatte auch schon gesagt, es gibt ja dieses Level, dieses Mindestlohn-Level, über dem muss man sowieso bezahlen, weil keiner geht freiwillig arbeiten, wenn er Netto nicht mehr in der Tasche hat, als er über die Transfersysteme bekommt. Und deswegen sehe ich darüber hinaus keine Notwendigkeit, einen Mindestlohn zu setzen. Wolltest du noch dazu was sagen, weil sonst würde ich nochmal einen anderen Stamm mit aufmachen wollen? Oder war eine Frage, ob du? Ja, weil du gerade sagst, dass man vermietet den Menschen zu arbeiten. Also wie gesagt, das ist ein marginaler Anteil. Weil der größte Teil der Menschen, da sorgst du einfach dafür, dass die ein paar Euro mehr Lohn bekommen. Also das halte ich für viel, viel relevanter, dass viele Menschen ein zusätzliches Einkommen haben, was ja auch gut für die Wirtschaft ist, wenn die Lohnhierarchie nicht so stark auseinander geht. Ja, das wäre dann wieder die Frage der Zahlen. Wie viele Leute sind davon dann am Ende betroffen? Und das wäre auch gut, dass du das so bringst, weil da komme ich mit deinem Strang dann auch gut rein. Was ist denn ein Mindestlohn oder überhaupt, wie kommt man in die Arbeitswelt? Also der Mindestlohn wird ja viel zu oft so gedacht, als wäre das eine Bezahlung, die man mit Beginn einer Arbeitsstelle bis zum Eintritt ins Rentenalter dauerhaft auf diesem Level hat. Und das ist ja nicht der Fall. Also jeder fängt ja, wenn man es makroökonomisch betrachtet, ist das ja nicht der Schnitt der Leute, die quasi in einem Unternehmen anfangen mit einem sehr geringen Gehalt und das sein Leben lang behalten. Und deswegen finde ich die Rechnereien schwierig, wenn wir sagen, okay, wir brauchen jetzt einen Mindestlohn von 16 Euro, damit man im Rentenalter entsprechend eine auskömmliche Rente hat. Denn das wäre ja so oder so fatal, wenn jemand mit Beginn seiner Arbeit bis zum Ende seiner Arbeit nur Mindestlohn bekommen würde. Für mich ist letztlich überhaupt diese ganze Verhandlung eine dynamische Sache. Man geht in einen Betrieb, man bekommt vielleicht aufgrund von mangelnder Eignung oder Kenntnisse erstmal nur wenig Geld, hat das so ausgehandelt, erwirbt Kenntnisse. Man hat ja, also ob das jetzt Gewerkschaften sind oder direkt ein Chefverhältnis und man kann mit wachsender Kenntnis, wachsenden Fähigkeiten entsprechend einen höheren Lohn dann aushandeln und über dem, was man anfangs mal festgesetzt hat, dann verdienen. Und ja, wie gesagt, diese Herangehensweise, als wäre der Mindestlohn so gesetzt und dass da so viele dauerhaft drin hängen, die teile ich nicht. Und nur so würde es ja, finde ich, auch in der gesamten Debatte Sinn machen, wenn es wirklich Menschen gibt, die ihr Leben lang an diesem Gehalt gebunden sind. Die Einzigen, das ist die Sache, die ich eben auch in meinem Umfeld sehe, die daran gebunden sind, in Anführungsstrichen, sind eben die, die wirklich sehr, sehr, also quasi diese, wie heißt das, Minijobs, genau. Also die eben in diesem Bereich arbeiten, wo man ja sowieso keine Steuern zu zahlen hat und auch nur sehr geringe Abgaben leistet. Und da ist der Mindestlohn oder überhaupt auch vor dem Mindestlohn der, 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 der Nettlohn, der Bruttelohnsgleiche und der Nettlohn quasi. Also du hast eben in diesem Minijob vorher deine 11 Euro bekommen, die hast du auch auf die Hand bekommen. Da war nicht noch groß mit Abzügen oder sowas. Und deswegen, wenn die jetzt dann 12,50 Euro bekommen oder vielleicht später mal 16 Euro, die haben da richtig was von. Das ist mir schon klar. Nur ist das eben nicht notwendig. Das sind die Leute, die da haben das ja sich rausgesucht, dass sie da vielleicht eben einen Tag am Wochenende irgendwo ein bisschen arbeiten. Oder vielleicht sind es vor allem Reinigungskräfte, die vormittags vielleicht eine Stunde irgendwo Freizeit haben, die eben auch putzend verbringen können. Und die eben gar nicht von diesen Abzügen insofern betroffen sind, dass jetzt, dass das wenig Geld wäre in der Hand. Also die haben ja je nach anderen Posten bei uns gar nicht so viel weniger netto, wie eben Leute, die dann auch einen Stundenlohn haben von 17, 18, 19 Euro, weil die es eben direkt bekommen. Und ja, ich sehe darin eine Verzerrung. Das ist das, was ich auch für mich rein praktisch mitbekomme. Hin dazu, dass eben diese Felder bei uns entweder wegfallen, geringer ausfallen. Also von dem Umfang her, also sonst waren es mal zwei Stunden Reinigung für einen Tag. Jetzt sind es ja anderthalb. Und dann wird es nochmal abgestuft, um eben die Kosten entsprechend zu senken. Aber es muss ja trotzdem sauber gemacht werden. Und das machen dann eben die, die mehr verdienen, die eigentlich gar nicht für diese Arbeit direkt vorgesehen sind. Aber es muss ja sauber gemacht werden, also machen dies. Und das sehe ich eben nicht als funktional. Also es gibt einfach Jobs, die sind eben sehr, sehr einfach umzusetzen. Und warum greifen wir denn da quasi so stark in die Arbeitszahlung ein? Das macht für mich wenig Sinn, wenn ich jemanden, der sehr viel besser qualifiziert ist, dann von seinen qualifizierteren Aufgaben abziehe, eben weil dann eben diese Arbeit noch mit zusätzlich zu tun ist. Weil einfach da dann immer gerechnet wird, entsprechend hin zum Grenzturzen. Also da sind zwei Punkte, auf die ich eingehen möchte. Erstmal diese Rumrechnerei mit im Sinne von, wenn sein ganzes Leben Mindestlohn bekommen würde, wann hätte man denn eine ausreichende Rente? Das ist ein Extremfall. Ja, aber man hat ja auch Phasen von Arbeitslosigkeit, Phasen, wo man Kinder bekommt, Phasen, wo man schlichtweg gar nichts verdient, die dann auch reinfallen. Das heißt, du hast in der normalen Erwerbsbiografie in Phasen, wo du mehr verdienst, aber auch Phasen, wo du überhaupt nichts verdienst und überhaupt keine Rentenpunkte ansammelst. Das heißt, du brauchst erst mal, wenn du rechnest, dann brauchst du so eine Extremannahme. Ich arbeite die ganze Zeit zu diesem Lohn. Ich bin also nie arbeitslos. Ich verdiene aber auch niemals mehr, um jetzt erst mal so ein Rechenbeispiel zu haben, um irgendwie auf eine vernünftige Höhe des Mindestlohns zu kommen. Das kann man jetzt natürlich auch anders berechnen. Man kann sich angucken, wie hoch ist das durchschnittliche Gehaltsniveau und wie viel muss man jetzt verdienen, um da möglichst nah dran zu... Also kann man jetzt diskutieren, wie man das genau berechnet. Die Linksfraktion hat das jetzt 2018 war das, glaube ich, nur mal so angefragt und dann hat sie das so in ihr Programm übernommen. Ich habe das dann so weitergerechnet auf meinem Kanal. Wie gesagt, ist eine extreme Annahme, aber es gibt eben auch den anderen Fall, dass man gar nichts verdient. Nicht nur, dass man mehr verdient. Also so einfach ist es dann auch nicht. Zum anderen Punkt, wenn du Mindestlohn hast, dann setzt du damit eine Untergrenze. Du sorgst also dafür, dass keiner weniger verdienen kann. Das heißt, alle Löhne, die da drüber sind, die hebst du eben mit an. Je näher sie sich am Mindestlohn befinden, desto stärker hebst du die Löhne, die da drüber sind, auch mit an. Das heißt, jemand, der vorher vor dem Mindestlohn mit 12 Euro, der da 10 Euro verdient hat, dessen Lohn wurde jetzt auf 12 Euro erhöht. Jemand, der 12 Euro vorverdient hat, der verdient jetzt vielleicht 13 Euro. Also eben, weil Unternehmen ja eine gewisse Lohnhierarchie haben, durch ihre Tarifverträge vorgeschrieben oder einfach durch die Arbeitsteilung vorgeschrieben. Also, dass jemand, der mehr Verantwortung hat, auch mehr verdienen muss. Das heißt, du kannst den Lohn von jemandem, der vorher bei 12 Euro lag, den kannst du nicht mal 12 Euro lassen, wenn der Mindestlohn jetzt 12 Euro ist. Sondern den musst du auch leicht anheben, damit es sich lohnt, dann auf dieser Stelle zu arbeiten. Das heißt, du hebst das gesamte Lohnniveau durch so einen Mindestlohn an und je näher sich die Löhne am Mindestlohn befinden, desto stärker ist der Effekt. Also, ein Stundenlohn von 40 Euro, der wird von so, von dem Mindestlohn wird gar nicht beeinflusst worden sein. Aber ein Stundenlohn von 13 Euro, von 15 Euro, der wird schon vom Mindestlohn auch mit angehoben worden sein. Kann ich jetzt aus meiner Praxis nicht sehen. Also, das kommt natürlich mal darauf an, auf welchem Level. Also, gerade wenn ich jetzt, ich hatte immer schon gesagt, ich komme aus dem Einzelhandel, wenn ich jetzt die einfachen Verkäufer sehe. Also, ich meine, es liegt bei 17,60 und das liegt schon eine ganze Weile, also um die 17 Euro, wie viele Centbeträge dahinter sind. Und das hat sich nicht wahnsinnig verändert. Und da sehe ich eben auch die größte Problematik. Also, jetzt einfach, wenn man in dem Level ist und wenn man dann eben weiß, sozusagen, dass man auch deutlich weniger machen könnte, leisten könnte. Und dann eben auf 12 Euro, wie viel sind es, 50 fällt. 12 Euro sind aktuell noch, das soll auf 12,41 Euro weit steigen. Ja, also, da finde ich schon eine harte Diskrepanz. 3 ist schon gestiegen, weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Ich bin da auch leider nicht mehr so im Thema. Also, ich sehe da schon eine harte Diskrepanz einfach in dem, was man an Verantwortung und an Aufgaben zu leisten hat, wenn man das eben jetzt vergleicht mit dem Reinigungsjob. Und weder die Reinigungsfrau oder Mann, sorry, war nicht gewillt, für weniger zu arbeiten. Und deswegen, also für mich ist es eben wirklich rein praktisch ein starker Eingriff in die Arbeitsteilung. Dass man einfach wirklich immer mehr, wie soll ich sagen, unqualifizierte Arbeit den anderen aufbürdet, weil man an der Stelle für das Geld eben immer weniger Stunden bereitstellt. Weil es betrifft ja hauptsächlich diese Minijob-Geschichte aus meiner Praxis. Ja, da müssten die anderen Löhne eigentlich steigen. Also, wenn unqualifizierte Arbeit attraktiver wird damit, dann müssten die Löhne, die etwas darüber liegen, eigentlich mitsteigen. Das ist ja ein Ziel des Mindestnisses, dass die Lohnhierarchie verringert. Dass die Lohnhierarchie verringert. Sorry. Die Lohnhierarchie, die war ja früher auch mal geringer. Die war ja nicht so groß, wie sie heute ist. Die ist in den letzten 30 Jahren ja enorm gestiegen. Also, hohe Löhne sind gestiegen, die niedrigen Löhne sind nicht gestiegen. Und das kann man jetzt durch den Mindestlohn wieder ein bisschen zusammenschieben. Ja, es spiegelt sich nicht in meiner Realität. Und ja, gut, das ist jetzt lange her. Ja, deswegen, es gab auch innerhalb der Verdi beispielsweise auch Bestrebungen. Man war sich nicht sicher, inwiefern man jetzt mitgehen möchte, dass der Staat letztlich so stark mit in der Tariffindung mit eingeht durch den Mindestlohn. Und auch da gab es ja schon Stimmen, die gesagt haben, ja, eigentlich ist das ja unsere Aufgabe, letztlich für attraktive Bezahlung zu sorgen. Und ob der Mindestlohn uns da nicht sozusagen, ja, die Leute wegnimmt. Weil, wozu soll ich noch in der Gewerkschaft? Ich bin eh gering qualifiziert, ich kriege den Mindestlohn, brauche ich da auch nicht mehr irgendwie mich großartig mit drum kümmern. Und dann läuft das von alleine. Hat sich nicht durchgesetzt am Ende, aber dennoch fand ich das auch vom Ansatz her verständlich. Aber der Mindestlohn macht es der Verdi ja einfacher, indem man eine Untergrenze festlegt, unter denen die Arbeitgeber auf keinen Fall gehen können. Nee, das Problem ist eben, dass es da nicht mehr genug Leute gibt, die überhaupt noch Interesse haben, für höhere Löhne was zu machen. Einfach weil, wenn die Leute sich, also in dem Bereich, der für mich relevant ist, oder der meiner Realität nach relevant war für den Mindestlohn, die kommen da ja nicht drüber, weil die ja sich die Verträge so rausgesucht haben. Sie wollen nur ein bisschen arbeiten, sie machen das nur als Minijobs, sie kriegen das quasi brutto gleich netto. Da geht es ja nicht darum, dass sie irgendwie nochmal ein, zwei Euro mehr bekommen, sondern sie haben ja nur diese begrenzte Zeit für einen kleinen Zuverdienst. Und letztlich schrumpft ja nur die Zeit, die sie am Ende da sind. Also von damals, weiß ich nicht, anderthalb oder eine Stunde, 45 sind es jetzt eben nur noch eine Stunde Reinigungszeit. Und was haben die denn für ein Interesse jetzt irgendwie gewellschaftlich sich zu organisieren, um für mehr Lohn oder was zu kämpfen, weil wir ja sowieso sich in dieser Nische wohlfühlen. Ja, ja, das kann sicherlich ein Problem sein, dass dann das werkschaftliche Engagement sinkt. Aber das muss ja nicht so sein. Und darüber hinaus, qualifizierte Arbeit war nie relevant für einen Mindestlohn. Also welche Jobs, das fand ich damals auch spannend, wo das eben wirklich aufkam mit dem Mindestlohn. Wo wurde überhaupt unterhalb des Mindestlohns bezahlt? Das war ja der allergrößte Arbeitgeber, der das getan hat, die Diakonie, ein quasi staatlicher Träger. Und auch die meiste, wie nennt man das, Auftragsarbeit vom Staat. Also gerade auch, das wird jetzt so, der Staat hat ja nun mal viele Gebäude, die auch gereinigt werden müssen. Auch da wurden häufig Unternehmen genommen, die wirklich miserabel bezahlt haben. Ja, die günstigsten halt. Man muss ja Steuergelder, wie sagt man, schonend einsetzen. Aber das ist natürlich irre, wenn man sich eigentlich als Staat hinstellt und vorgibt, für die Bevölkerung irgendwie ein funktionales Auskommen zu machen, dann aber die schlimmsten Dumpingbetriebe mit den Aufgaben betraut. Also das fand ich wirklich seltsam. Also in VW gab es, glaube ich, niemanden, der den Mindestlohn gebraucht hat. Auch die Reinigungskraft nicht. Und auch vielleicht nochmal darauf zurück. Ja, VW, das ist auch ganz interessant. Die sourcen schon Arbeit auf Subunternehmen aus, die früher zu VW gehört haben. Das heißt, die Arbeitskräfte, die bei VW am Band stehen, die verdienen noch ihre 20 Euro. Aber beim Subunternehmer, die verdienen dann ein bisschen mehr als halb so viel. Also das ist schon ein krasser Unterschied. Da bin ich ja gar nicht, ich will ja gar nicht Großkonzerne schützen. Also letztlich funktionieren Großkonzerne ja auch sehr ähnlich wie Staaten und auch die machen den gleichen bürokratischen oder buchhalterischen Trick dann mit Subunternehmen und versuchen es dann damit zu unterlaufen. Ja, mein Arbeitgeber auch tatsächlich. Also das ist lange her, aber wir hatten auch mal sowas wie Packteams und so. Die waren ja auch sehr günstig und selten aus Deutschland. Ja, also ich wollte eben nur noch darauf hinaus, dass es ja auch einfach den Wettbewerb untereinander, also ich komme aus dem Einzelhandel, deswegen mache ich nochmal das Beispiel, dass es immer schon sowas wie einen Mindesteinschließgehalt bei uns gab. Und dass das, ich fliege lange zurück damals, das ist ja mindestens unglaublich gestartet mit 9,50 Euro, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Oder um die 9 Euro. 8,50 Euro. 8,50 Euro, ja okay, dann hatten wir, weil wir waren sehr, sehr, sehr knapp drüber. Wir hatten 9 Euro, einfach Standard, Mindestlohn, immer schon gehabt in jedem Vertrag. Das heißt, der Abstand zu Mindestlohn, der hat sich seitdem sogar vergrößert bei euch? Nee, wäre nicht gekommen, man weiß ja nicht. Also wir haben das natürlich auch angepasst. Momentan ist es ja sogar so, dass wenn wir suchen, also zumindest nicht, was jetzt diesen Minijob-Bereich angeht, weil da sagt man sich, naja, Minijob, man kriegt quasi brutto gleich netto, da ist es nicht notwendig, sozusagen höheren Schonlohn zu bekommen. Aber bei uns ist es bei uns so, dass wenn man anfängt, bekommt man den Satz vom Verkäufer garantiert, also den Endstufensatz. Normalerweise bekommt man den erst nach vier, fünf Jahren Arbeitszugehörigkeit, also von 16,70 Euro meine ich, und den bekommt man jetzt auch garantiert. Also das ist quasi jetzt aktuell unser Einschießgehalt. Und ich denke auch, dass das, also auch das ist ja noch ein relativ guter Abstand hin zum Mindestlohn. Und das war auch nicht anders. Also auch wenn man sich die anderen Betriebe eben anschaut, jetzt sehe ich nicht, wenn ich jetzt Betriebe nenne, ob man dann meinen Arbeitgeber herausfindet, aber gerade die Discounter haben sich ja darum sehr bemüht. Also wenn man jetzt eben sieht hier, Netto, Lidl, Aldi, da war Lidl immer der höchste vom Mindesteinstiegslohn. Also die hatten, glaube ich, schon um die 14 Euro gehabt, waren auch mit weiten Abstand zu uns. Ja, aber das hat sich, das hat ja auch alles immer eine Relevanz. Also die Aufgabenfelder, die man dann da hat oder den Stress oder die Belastung, die man dann bekommt, man kriegt es am Ende nicht geschenkt. Aber worum es mir geht, ist einfach, dass rein privatwirtschaftlich der Mindestlohn nie ein relevantes Thema ist. Einfach weil sich der Arbeitnehmer nicht in einem Vakuum befindet. Das ist das, was für mich auch aus der Gewerkschaft rausgetrieben hat, dass man eine gewisse Übermacht oder eine gewisse Dichotomie zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern aufgebaut hat. Dass der Arbeitgeber einem immer nur sozusagen was Schlechtes will und man orientiert sich als Arbeitgeber quasi immer, den Lohn unten zu halten, zu drücken. Und das ist nicht, was ich wahrgenommen habe, was ich gesehen habe. Weil der Arbeitnehmer natürlich dahin geht, wo er sich am wohlsten fühlt, im Sinne von Geld, Arbeitsbedingungen, Schichtplan und so weiter. Da gibt es ja etliche Dinge, die ja auch Kosten verursachen, aber nichts mit Lohn zu tun haben. Und ja, für mich ist es eben einfach Mindestlohn wieder so ein Ding, das die spontane Ordnung stört. Ja, aber dass du als Arbeitnehmer dahin gehst, wo du dich am wohlsten fühlst, das hat ja wenig mit der spontanen Ordnung zu tun. Sondern wenn du eine Arbeitslosigkeit von 10 Prozent hast, dann geht das schwieriger als bei einer Arbeitslosigkeit von 3 Prozent. Also das hat ja sehr viel mit der makroökonomischen Politik zu tun. Das ist schon klar, dass die gesamte Situation auch Entscheidungen hat, aber auch da Arbeitslosigkeit, ja, jetzt überlege ich halt, wie ich den Bogen schlagen kann, ist für mich auch eine Sache, die, wenn man sieht, was einfach alles liegen bleibt, also Pflege, Gesundheitswesen und so weiter. Ich finde, Arbeitslosigkeit ist relativ absurd. Also es gibt überall Arbeit und ich sehe auch nicht, dass es zu wenig Geld gibt, diese Arbeit zu bezahlen. Ich sehe nur, dass es sehr viele Störungen im Prozess einfach der, wie soll man es nennen, Ressourcenverteilung gibt. Ja, bei Pflegekräften beispielsweise, hast du ja gerade genannt, da müssen die Löhne deutlich steigen. Also da gibt es eigentlich keinen, und da das ein sehr staatlich regulierter Sektor ist, muss der Staat da eben die Löhne nach oben schrauben. Da gibt es ja auch eigene Pflegemindestlöhne, die könnte der Staat ja auch relativ stark aneben, wenn er das wollte. Da muss halt mehr Geld ins Besuchtssystem fließen. Das ist ja auch etwas, was über die staatlichen Pflegeversicherungen finanziert wird. Ja, ohne jetzt dagegen sein zu wollen. Letztlich soll jeder über seinen Gehalt da entsprechend verhandeln. Ich mag den wieder nicht, wenn der Staat da wieder die größte Rolle spielt, aber die Leute, die ich kenne, die im Pflegebereich arbeiten, meckern nicht über die Bezahlung. Über die Arbeitsbedingungen. Ja, genau. Erstmal über das, was man qualitativ mitbringen muss, je nach Pflegeposten. Und auch das, was dann einfach Belastung, ob das jetzt eben geistigerseits ist oder körperlicherseits. Es gibt ja nicht nur Pflege jetzt eigentlich mal von wettlägerigen alten Menschen. Es gibt ja auch psychische Störungen und so weiter, die auch gepflegt werden müssen und so. Das hat dann vielleicht weniger mit körperlichen Sachen zu tun als mit dem Kopf. Aber die, die ich kenne, sind geltlich wirklich hochzufrieden. Ja, aber du musst ja, wenn du die Belastung verringern willst, dann musst du ja mehr Leute erstmal da anstellen. Damit eben die Belastung pro Pfleger geringer ist. Und wie lockst du neue Leute dahin? Also, indem du mehr Leute ausbildest, indem du da mehr Werbung für machst. Also kannst du alles machen. Aber erstmal, indem du dann die Bezahlung erhöhst. Vor allem die Bezahlung in der Ausbildung. Dass wirklich junge Leute sagen, okay, das ist attraktiv, da will ich hin. Also das ist das, was du als erstes machen kannst. Das ist das, wo du am schnellsten umverteilen kannst. Ja gut, ich will jetzt hier nicht den Fehler machen, selber Makroökonom zu sein. Ich habe keine Ahnung über die Zahlen vor Ort. Ja, sollen sie das erhöhen? Also es ist eben die Frage wieder, wer das bezahlt und wie das dann am Ende möglich ist. Aber letztlich, klar, von mir aus. Ja, aber jetzt sind wir schon wieder ein bisschen weggekommen vom Mindestlohn. Weil wir, ja, diese gesamten... Es hängt alles mit allem zusammen. Ja, ja, diese gesamte makroökonomische Politik, die ist da ja schon sehr relevant. Und der Mindestlohn, der ist in der Situation der Vollbeschäftigung, wo die Gewerkschaften unterm Strich genauso mächtig sind wie die Arbeitgeber, wo du auch fast alle Bereiche durch Tarifverträge abgedeckt hast, wie das in den 70ern noch der Fall war. Da brauchst du keinen Mindestlohn. Wir hatten in Deutschland ja auch jahrzehntelang keinen. Aber in der Situation, wo du halt... ...große Unterbeschäftigung hast, wie das aktuell der Fall ist. Und wie das in vielen anderen EU-Ländern noch viel schlimmer als in Deutschland der Fall ist. Da brauchst du halt einen Mindestlohn, um die Löhne eben vernünftig voranzutreiben. Der Mindestlohn ist ein Instrument der Lohnpolitik. Er ist nicht das Wichtigste. Aber er ist eben ein sehr relevantes Instrument. Und je höher die Arbeitslosigkeit ist, je geringer die Lohndynamik allgemein ist, desto wichtiger wird er als Instrument. Und deswegen fände ich es auch einen großen Fehler, ihn aufzugeben, weil der Staat sich damit auch einer Handlungsfähigkeit beraubt. Was du ja wahrscheinlich gut findest, wenn der Staat nicht so handlungsfähig ist. Ja, natürlich, ja. Also prinzipiell ist das richtig. Eben hatte ich einen Gedanken, wo du gesprochen hast, aber ich glaube, ich habe ihn mal wieder verloren. Ja, also mein Argument war der Staat... ...abschaffen. Das war, glaube ich, das Ding gerade, was ich hatte. Ja, also das mag absurd sein, weil ich wollte ja gerne noch über den Mindestlohn reden. Und jetzt hätte ich auch die Position, also aktuell, nach dem Stand, wo der Mindestlohn ist, ist der einfach auch von der Höhe relativ unrelevant. Also ob er jetzt da wäre oder weg wäre, aus meinem Arbeitsumfeld, deswegen hatte ich es ja anfangs auch schon erklärt, spielte der einfach kaum eine Rolle, weil wir von den, wie soll ich das nennen, normalen Beschäftigungsverhältnissen sowieso drüber waren. Also es gibt Bereiche, wo es tatsächlich noch schlimmer aussieht als in deinem Bereich. Also es gibt noch Bereiche, wo du auch Anteile von, also wo du sehr geringe gewerkschaftliche Organisationen hast, einen hohen Anteil ausländischen Arbeitskräften, die sich ja noch schlechter organisieren können, wo das schon ein größeres Problem ist in der Schlachterei-Branche oder Reinigungsbranche. Also es gibt schon Bereiche, wo das noch ein bisschen problematischer ist als im Einzelhandel, wo du tatsächlich deutlich stärkeres Lohn-Dumping sehen würdest, wenn du den Mindestlohn nicht hättest. Ja, also ich denke auch, während der Debatte ein bisschen darüber nach, dass es wahrscheinlich vor allen Dingen, was Subunternehmen angeht. Ich weiß nicht, wie es in der Schlachterei ist. Ich glaube, da war das ja auch so, dass die ja viel aus dem Ausland herholen. Oder Lieferdienstfahrer. Du hast ja Amazon als Riesenunternehmen, was eigentlich auch angeblich gar nicht so schlecht bezahlt. Das hat dann aber zig Subunternehmen, die sich dann teils auch gar nicht an den Mindestlohn halten. Also die versuchen, den zu umgehen. Also ganz ohne Mindestlohn hättest du dann noch einen viel schlimmeren Race to the Bottom, denn solche Subunternehmen, die können natürlich pleite gehen, ohne dass das Amazon dann groß interessiert. Also die können sich dann gegenseitig niederkonkurrieren. Und wenn du da keine Untergrenze hast, die du als Start ziehst, dann, ja, wo ist dann die Grenze? Also die Grenze ist da, wo du keine Arbeitnehmer mehr findest, die bereit sind, für diesen Mindestlohn zu arbeiten. Und wenn du so eine hohe Einwanderung hast, wie wir das gerade haben, dann hast du halt viele Arbeitnehmer, die erstmal neu in Deutschland sind, die erstmal an den Arbeitsmarkt ankommen müssen und die bereit sind, zu sehr niedrigen Löhnen zu arbeiten erstmal. Ja, da gehe ich auch so weit mit. Also das ist natürlich, ich habe es eingeleitet, es ist ein komplexes Problem oder zumindest geht es mir eben vor allen Dingen um diese Geschichte, dass ein Dritter theoretisch jemandem sagt, zu dem Preis darfst du nicht arbeiten. Aber natürlich mag es Einzelfälle geben. Das ist ja, hätte ich ja gesagt, wer arbeitet schon ein ganzes Leben für den Mindestlohn. Und insofern, ja, ich habe mich nicht genug damit befasst, was Subunternehmer angeht. Weil ich hatte, ich hatte es ja nur mit dem Start angesprochen, aber klar ist es ja auch so, dass eben wie der schlechter Start der Bereich, wo du es gerade gesagt hast, dass du mir das so eingeschaut hast, ich habe da so ein paar Berichte mal gehört von Tennis, wo ja wirklich üble Zustände herrschen. Ja, wie gesagt, also da, wo du einfach nur ein Subunternehmen gründest, was vorher quasi das Gleiche gemacht hast wie der Großkonzern, nur halt zu einem niedrigen Lohn, da hast du jetzt keinen schlimmen Konkurrenz gehabt, sondern da hast du einfach, okay, die Lohnkosten gesenkt dadurch de facto. Aber bei so einem Unternehmen wie Amazon, die spielen ja ihre Subunternehmen gegeneinander aus und da würde es halt ohne Mindestlohn dann so ein Race to the Bottom geben. Also da würde wirklich jeder versuchen, die Lohnkosten so weit es geht zu drücken und Amazon kann es sich halt leisten, weil es nicht mehr möglich ist mit den Leuten. Das ist ja dieses Gewerkschaftsmodell, das hatte ich ja auch damals lernen dürfen von wegen die Lohnabwärtsspirale, aber wie gesagt, mein Empfinden nach meiner Realität ist das ausschließlich arbeitgebermäßig gedacht. Also quasi das natürlich, Arbeitgeber haben Interesse, diese Lohnspirale nach unten zu treiben, aber es nimmt das Interesse des Arbeitnehmers aus. Also irgendwann sagt der Arbeitnehmer, ja, ich bin dann raus. Ich habe ja hier ein soziales Sicherungsnetz, wozu soll ich jetzt solch niedrige Löhne und solch harte Arbeit durchführen? Also ich habe das für mich in der Realität auch so, ich habe auch in meinem gewerkschaftlichen Umfeld auch mit Leuten gesprochen, habe das nie als eine relevante Größe kennengelernt. Aber es mag gerade, was Migration und so weiter gibt, Ausnahmefälle geben, wo man vielleicht hingucken müsste, aber natürlich ist es auch ein Problem, hatten wir ja in einer anderen Debatte, dass es ja so an sich auch gar nicht geben sollte. Also das ist ja auch das, was du hin und wieder mal anbringst, dass das ja irgendwo politisch gewollt ist, dass man so eine, ich sage mal, wartende Arbeiterschaft hat, die die Löhne auch auf größeren Feldern drücken können. Ja, ja. Und diese Sozialleistungen, hatte ich ja auch in einer anderen Debatte schon gesagt, die sind auch ein Instrument der Lohnpolitik. Also der Mindestlohn ist nicht das einzige Instrument. Also auch wie hoch du Sozialleistungen ansetzt, wann du sie gewährst. Beispielsweise, ganz wichtig, ist hier die Arbeitslosenversicherung 1. Da wäre ich halt ganz klar dafür, dass man die komplett bedingungslos macht, dass man also ein Jahr, wenn man arbeitslos wird, sofort ohne irgendwas, also da muss man ja zig Anträge ausfüllen, dann noch Bewerbungen, also wirklich absurde Anforderungen, die da an einem gemacht werden. Da wäre ich auch dafür, dass man diese 60 Prozent des letzten Gehalts, dass man die halt ein Jahr gewährt, man hat dafür eingezahlt und dann den Arbeiter einfach in Ruhe lässt und den sich einen neuen Job suchen lässt. Beispielsweise, also das wäre was, wo der Staat dringend Bürokratie abbauen müsste. Ja, ja, klar. Also da bin ich auch auf jeden Fall dabei. Ich meine, ich habe das selber auch schon gehabt. Das ist lange her, aber nach meiner Ausbildung hatte ich auch mal sechs Monate das Vergnügen in ALG1 zu sein und das war nicht lustig. Nein, wirklich nicht. Also das sind ja immer auch irgendwo wahrscheinlich so Einzelschicksale, wo man irgendwo seine Persönlichkeit formt und einfach weiß, okay, auf den Akteur kann ich mich nicht verlassen. Also in dem Fall der Staat. Ich meine, der Staat, der hat dich ja besteuert, der weiß, wie hoch dein Einkommen ist, der weiß, wie viel Anspruch du hast. Der könnte dir das einfach überweisen. Ja. Also das ging auch relativ problemlos. Haben wir Zeit für eine Anekdote oder persönliche Geschichte? Ja, wir haben Zeit für eine Anekdote. Kannst du vielleicht zum Abschluss nochmal bringen. Ja, also einfach meine Arbeitslosigkeitserlebnis. Das war nämlich in der Tat so, dass das relativ einfach ging. Also ich hatte ja schon von meinem Arbeitgeber dann, wohl nicht so früh, das war noch ein anderer Arbeitgeber damals, da hieß es eben, bei Note X bekomme ich eine Verlängerung. Das hieß es die ganze Zeit. Ich habe Note X gehabt, ich habe keine Verlängerung bekommen, also Übernahme. Und bin dann eben zum Amt und die hatten ja auch gesagt, man muss ja eigentlich, weil Ausbildungsvertrag endet ja, kann man ja, also weiß man ja, wann der endet und man müsste ja eigentlich, glaube ich, drei Monate im Voraus schon mal Bescheid sagen, dass man schon auch quasi, während man noch arbeitet, sich schon parallel bewerben kann. Das ist ja so der Hintergrund, dass die dann auch nicht unnötig mehr dann zahlen müssen. Und ja, ich hatte ja einfach das Versprechen bei Note X in der Abschlussprüfung, werde ich übernommen, also habe ich nichts gemacht und dann wurde ich nicht übernommen. Ich weiß auch, was das für Gründe haben wir, das spielt jetzt nicht die große Rolle. Ja, und dann war ich eben im ALG1 und das ging auch erstmal okay für einen Monat. Und dann gab es diverse Angebote, also mafiöse Art fast schon. Ich habe ja ein Angebot, das du nicht ausschlagen kannst. Dann gab es für mich eben nur die Wahl zwischen verschiedenen Kursen, die ich machen muss. Ansonsten kam ich da auch wieder in Gefahr, dann eben entsprechend sanktioniert zu werden und habe mich dann auch für was entschieden, wo man auch wieder, war ja auch mit Vertrag und alles, das hieß damals, gegen Abwanderung junger Landeskinder. Ich mag auch wirklich diese staatliche Sprache, Sachsen-Anhalt. Man hat eben ziemlich viel mit Abwanderung zu kämpfen sozusagen da und dann gab es eben dieses gegen Abwanderung junger Landeskinder, auch wieder so ein EU-Ding, was gefördert wurde mit Geld und wo man in der Theorie, in seinen Ausbildungsberuf irgendwie vermittelt wird. Und dann gab es damals, ich weiß nicht, was heute noch eine relevante Sache ist, es gab ja Vermittlungsrundscheine. Also für die Unternehmen, die das da mitgemacht haben, die haben dann richtig an den Leuten verdient, wenn sie die in Arbeit gesteckt haben. Also es waren wirklich mehrere Tausend, ich meine, 2000 Euro oder was für jemanden, den du dann in ein Arbeitsverhältnis vermittelst. Und dann war ich da eben drin und ich siehste immer, es geht in meinem Beruf und am Ende stand ich dann eben da mit Jobangeboten für, das war auch im Fleischgewerbe, für mich ziemlich problematisch, also in der zarte Pflanze. Und Straßenbau und Landschaftsgärtner wurde mir angeboten. Alles nichts, was ich wie einzeln handele. Kein Plan von nichts eigentlich, was da ist. Ist natürlich bemerkenswert, dass sie mir überhaupt so viel Arbeit mir überhaupt schon anbieten konnten, aber dennoch habe ich das alles ausgeschlagen, weil ich parallel mich natürlich schon in der Zeit beworben habe und ich hatte einen neuen Ausbildungsvertrag. Und der startet aber eben erst in fünf Monaten. Ich hatte einen Monat rum, in fünf Monaten hatte ich einen Ausbildungsvertrag. Aber ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. War nicht so vereinbart. Wenn ihr was habt, was mein Job ist, dann gerne, aber ist ja nicht mein Job. Und in der Zeit hatte ich auch noch einen Minijob nebenbei gemacht, was zur Zufall verdient und dann eben all die eins. Und die haben dann gesagt, ja, okay, dann melden wir das dem Amt, dass sie nicht kooperativ sind. Und so war das dann auch. Habe dann eben auch mal einen bösen Anruf bekommen. Wurde auch nochmal darauf hingewiesen, dass ich das ja annehmen muss. Habe denen dann auch erklärt, nein, es wurde ja anders ausgehandelt. Nee, ich muss das annehmen. Sonst muss ich sie so insonieren. Und ich hätte das nicht geglaubt, dass das so geht. Also da habe ich, glaube ich, auch sehr stark meinen Vorbehalt von staatlichen Institutionen mitgenommen. Ich habe immer gedacht, also es ist ja so, diese Sanktionen sind ja struktivisch aufgebaut, zumindest was das Satz 4 damals anging. Ich glaube, 30, 30 und dann 0. Also immer 30, weniger. Und ich habe dann wirklich zum zweiten Monat null Geld bekommen. Gar nichts. Kein ALG1. Und das ist insofern schon krass. Ich war damals ja noch sehr jung. Aus der Ausbildung. Habe bei Mama gewohnt. Deswegen war es ja mir egal. Aber das ist natürlich ein Druck, der aufgebaut werden kann. Ich hätte theoretisch Kinder haben können, eine eigene Wohnung und so weiter. Ich hätte diese schlechten Jobs angenommen, die ich im Prinzip ja nicht ausfüllen kann. Und auch mit welcher Perspektive. Ich habe eingezahlt in diese Versicherung lange genug. Hatte ja eine dreijährige Ausbildung hinter mir. und habe jetzt, weil ich weiß, in fünf Monaten bin ich wieder in Arbeit, gesagt, ich mache das nicht. Ich würde was machen, was meinen Fähigkeiten entspricht. Aber das mache ich nicht. Ich habe ja meinen Minijob. Und ja, von jetzt auf gleich 100% kein Geld mehr. Und hatte dann, ich glaube, es waren drei Monate eben nichts weiter, außer das, was ich vom Minijob bekommen habe. Und habe natürlich dann in den Institutionen, wie das eben möglich ist, Einspruch eingelegt und alle Gänge gemacht. Aber rückwirkend das Geld auch bekommen. Also so ist es nicht. Aber da habe ich für mich eben gemerkt, wie das aufgebaut ist. Also, dass es eine Institution gibt, die theoretisch dafür da ist, Leute aufzufangen, die Probleme haben und so weiter. Aber ja, die Leute auf Spur hält. Also schon auch eben guckt. Natürlich, eine gewisse Relevanz hat das. Die müssen ihre Kosten ja auch irgendwie argumentieren. Oder zumindest, kann ich alles ein bisschen nachvollziehen. Aber es ist ein Riesenproblem, dass diese Institution quasi, wenn man jetzt mit Gewaltenteilung argumentiert, alles erfüllt. Also sie ist quasi Ankläger. Sie ist Legislative, die den Fall eben durchspricht. Und sie ist dann auch Richter. Also alle Möglichkeiten, die theoretisch jetzt nochmal den Fall ein bisschen nüchterner betrachten hätten können, waren in einer Person gebündelt. Und die hat dann auch entsprechend ihre Macht dann ausgenutzt. Also das wäre vielleicht auch, ich weiß nicht, wie es heute ist, ein sinnvolles Reformvorhaben, sage ich mal, dass man die Macht der Ämter, Jobcenter, damals war ja auch mit der AGE, viele Problematiken verbunden, dass man da eben wirklich zu einer gewissen Kompetenzverteilung hinkommt, dass eben man nicht so ausgeliefert ist den einzelnen Sachbearbeitern. Auch da habe ich aus dem Privatumfeld einige Sachen mit aufgenommen. Beim ALG1, das ist ja eine Leistung, du hast ja gerade selber gesagt, dass du für eingezahlt hast. Also das ist ja bei der Krankenkasse auch nicht so, dass wenn du zum Arzt gehst, dass du erst mal genau nachweisen musst, dass dieser Arztbesuch jetzt sinnvoll ist. Nein, du hältst einfach deine Krankenkassenkarte und es wird bezahlt. Oder wenn du in Rettung kommst. Ja, jede Versicherung. Ich meine, wenn ich hier eine Brandschutzversicherung habe und die wird dann fällig und dann kommt die Versicherung um die Ecke und sagt, ja, aber du kannst jetzt nicht da ein neues Haus bauen damit oder so. Das ist ja absurd. Es ist ja genau eingefallen. Also das wäre natürlich jetzt auch durchaus, das führt jetzt vielleicht ein bisschen weiter, aber auch das kann man natürlich liberalisieren. Also das Konzept von Arbeitslosenversicherung, warum ist das komplett in stattlicher Hand? Also man könnte durchaus sich vorstellen, dass es da private Modelle gibt, die interessantere Konzepte verfolgen. Also mit vielleicht wirklich maßgeschneiderteren Schulungsangeboten, einfach, weil sie im Vorfeld eine gewisse Höhe aushandeln können, wie viel zahle ich da ein? Und das ist dann im Arbeitslosenfall, wie sind denn die Auszahlungsmodalitäten? Also auch da kann ich mir gut vorstellen, dass man privatwirtschaftlich bessere Versicherungen auf den Weg bekommt. Wäre jetzt nicht mehr normal, aber das ist das Anliegen. Aber das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, das würde ich anders sehen. Aber das wäre nochmal ein eigenes Thema, über das wir dann anders wahrscheinlich debattieren könnten. Also in dem Sinne würde ich die Debatte auch schließen. Es sind jetzt fast 40 Minuten geworden. Hatte ich auch nicht mitgerechnet, dass wir so lange über Mindestlohn reden, aber dann ciao. Okay, ja, tschüss.